Wir sind verbunden durch Vertrauen, durch Offenheit und das gemeinsame Streben nach Erkenntnis, ganz so, wie es uns Alexander von Humboldt vorgelebt hat. Das ist sehr wichtig, eigentlich. Die Worte und die Worte von Humboldt haben und die Worte von Humboldt haben, ist sehr unig. Als Forscher, wir suchen uns independence in der Forschung, und das ist das die Humboldt-Foundation gegeben hat. Es ist eine große Ehre zu sein, um ein Humboldt-Fellow zu erleben, um die Forschung in Deutschland zu erleben, und um uns mit all diesen Cutting-Edge-Technologien und neue Forschungsmethoden, die wir dann können in unsere Home-Institutionen verwendet haben. Ich denke, Deutschland hat eine Atmosphäre entwickelt, die wirklich positiven für die Forschung. Und es ist schwer, nicht zu werden, weil es so viele Dinge in der Lage ist, um ein sehr schönes Ort zu entwickeln, um sich selbst als Wissenschaftler zu entwickeln, aber auch um deine Netzwerke zu entwickeln. Deutschland ist ein Land, wo wir rêven sind, weil die Forschung hier ist unig. Die Forschungser sind der Weltkennung. Ich denke, dass sie ihre Weltkennung preceden. Wir haben uns Institutionen, die uns ermöglichen, in einem so amizierten und fraternischen Umfeld zu arbeiten. In Deutschland, wenn ich mit Kollegen bin, gibt es keinen Sinn, dass sie immer zu justifieren müssen, warum sie interessiert sind, was sie studieren. Die Forschung der Forschung selbst ist ein wertvolles Endeavor. Und das gibt mir viel Hoffnung für die Menschheit. Ich danke Ihnen, wie Sie mit Ihrer Arbeit dazu beitragen, dass Deutschland ein Ideen- und erfolgreicher Wissenschaftsstandort war, eng und freundschaftlich verbunden mit Forschenden und Lehrenden wie hier, mit Forschern und Lehrenden aus aller Welt. Ich denke, dass, als Cameroonian, es wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, für Sie zu beobachten von der Humboldt-Foundation, weil es nicht nur unterstützt Ihre Forschung, sondern auch Sie als Person und Ihre Familie. Without collaboration, Wissenschaft kann nicht weitergehen. Es ist sehr wichtig, dass die Input von verschiedenen Perspektiven, die Forschung, die Wissenschaft, die Wissenschaft, die Menschen benötigen.